Jetzt sagt man nichts Schlechtes über den Koalitionspartner, tue ich auch nicht, weil wir mit der türkisen Abteilung der ÖVP wirklich gut zusammenarbeiten. Aber der Karas ist uralt ÖVP und ich habe manchmal das Gefühl, dass er gar kein klassischer Politiker ist, sondern ein bisschen was wie ein Pfarrer auch ist. Der herunterpredigt, wir brauchen mehr Europa, wir brauchen nur mehr Europa, wir brauchen viel mehr Europa. Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen mehr Rot-Weiß-Rot und wir wollen uns Kompetenzen zurückholen in unser Land, in unser Parlament und in die Hände direkter Demokratie.